ja mo mo leute euer santa zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen kalender opening hier heute in meinem haus ich habe gestern leider nicht geschafft dieses video zu drehen deswegen werden wir heute zwei keys quasi nicht raushauen sondern zeigen von den letzten beiden tagen das heißt am sonntag hatten wir ein key das war einmal der was war das noch mal genau call of duty infinite warfare und dieser key hat sich in dieser szene hier befunden und der tipp des tages auf twitter war irgendwas mit labor und da unten steht halt auch labor also es war eigentlich recht simpel doch es hat bis zum späten abend irgendwie keiner gefunden bin ich faszinierend und alle im chat alle rasten aus in den kommentaren wo ist der key fand ich lustig ich hatte schon meinen spaß dran so gestern hatten wir two worlds im angebot und diese dieser key war in dieser szene versteckt im großen und ganzen gar nicht mal so schwer der tipp des tages war glaube ich verfolge seine ziele wie wir sehen sind dass quests das heißt wenn ihr wirklich mal ein key findet und finden möchtet und noch keinen gefunden habt dann guckt einfach mal bei twitter vorbei am laufe im laufe des tages da wird nämlich ein tipp auftauchen der euch verraten wird wo der key in etwa sein könnte so das zu den beiden letzten tagen wir wollen ja heute auch noch mal einen kalender öffnen heute ist wirklich der 13 gestern der 13 gesagt gestern war der zwölfte wir öffnen heute das 13 tüchen hier kommt der kalender an hier befinden wir uns wie immer auf dem kalender wir gehen richtung 13 tüchen öffnen dieses und wie immer sehen wir hier zwei drittel eines codes und der letzte drittel befindet sich in einem der videos die um 14 uhr kommen 16 uhr oder um 18 uhr da sind drei videos die kommen und in einem dieser videos ist der rest des keys versteckt und noch mal für euch zur info bis zum 22 habt ihr immer noch zeit mir einen brief zu schicken das heißt es santa zero und ihr könnt euch quasi ein spiel wünschen formuliert eurem brief ganz gut und schickt ihn an zero one up at aol.de oder schreibt in die kommentare oder schreibt ihn als pn auf youtube es ist recht spät und ich fange hier schon an zu stottern und deswegen sollten wir so langsam mal beenden leider jetzt zieht irgendwie nebeln auf oder so krass was ist hier los jetzt wird es hier kalt ich habe doch einen ofen leider habe ich jetzt die seite vergessen wo wir waren aber dann sind wir halt bei artikel 12 bros teilen keinen nachtisch habe ich auch nie gemacht würde ich nie tun bros teilen